Rot, weiß, rot gefahren im Feld, da rein! Dann Nummer 5, Kegel Schmierensauer! Fünfmal hat er das Modest gerobt, 5x1, hier Kegelner in der Bundesarena! Aber jetzt noch nicht so weit weg heute! Es sind 14 Punkte, die ihm auf die Spitze fehlen! Und jetzt ist heute unterwegs, die Regenzeitung für die Schmieri! Eine gute Weide, aber nicht die Spitzenweide! 123 Minuten!